Kommt jetzt natürlich auch deutlich mehr Minuten, Zach Enzminger. Schöner Pass, Reezy Russell für drei, die Ram Russell. Dazu kommt Russell. Russell, der ist sehr frei, Reezy Russell. Göttingen kommt aktuell nicht in die Match-Ups. Letzter Angriff möglicherweise, ja nicht ganz. Russell nimmt dennoch viel Zeit von der Uhr, Reezy Russell, der würde okay tun. Reezy Russell, ja. Müssen die Göttinger eigentlich rankommen? Reezy Russell nutzt das gleich aus. Oldenburg jetzt natürlich auch mit Zeit und Schormann und einem Extra-Pass, Reezy Russell. Die Göttinger, 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 die